Hallöchen liebe Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo von mir. Ja, wie schon in einigen meiner Videos angesprochen, möchte ich gerne ein Projekt mit kleinen bis mittelgroßen YouTubern machen, wo wir auf einem Server in einer zerklüftet oder amplified Welt zusammen Vanilla Minecraft spielen. Ja, dabei geht es darum, dass man sein eigenes Haus baut oder mit anderen YouTubern an einem größeren Projekt arbeitet und eben mit neuen Leuten mal aufnimmt und neue Leute kennenlernt. Und wenn du Bock hast, dabei mitzumachen, dann ist wichtig, dass du ein gutes Mikro hast, also eine gute Soundqualität und auch eine vernünftige Videoqualität von, ich sag mal, mindestens 720 Pixeln und dass du mindestens einmal pro Woche von diesem Projekt hochladen kannst, aber maximal auch dreimal die Woche, dass nicht zu viel schon gespoilert wird von anderen YouTubern, was auch immer. Naja, und wenn diese Kriterien alle auf dich zustimmen und du Bock hast, dann schreib mir doch eine PN und wenn du angenommen bist, dann schreibe ich dir zurück und gebe dir die ganzen Daten und was auch immer. Aber das schreibe ich dann alles. Ich habe elf Plätze zu vergeben und würde mich freuen, wenn du dann mitmachst. Ich freue mich über deine Bewerbung unten in den Kommentaren oder als PN. Und dann hoffentlich bis bald. Ciao.